HERUNT!!! Ja. Sehr schön, ne? Jo, wer klingelt um die Uhrzeit? Oh mein Gott, das war's, Nachbar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sind das deine Nachbarn? Jetzt war's, Willi. Nein, oh mein Gott... Jetzt ist es over. Willi, jetzt is over, du weißt selber. Es ist noch nicht mal 0 Uhr, was stellen die so an? Das war's. Der eine Schrei war zu laut, ne? Ein bisschen. Gehst du nicht ran? Nein. Nee. Oder? Ey, wenn du nicht rangehst, kann es sein, dass die einfach trotz Polizei rufen, ne? Ja, mit Polizei kann ich besser umgehen. Ist das eine Polizeiklärm? Polizei wäre crazy, wenn eine Polizei da ist. Ja, aber ist in Ordnung. Ich gehe kurz. War das echt dein Nachbarn? Mhm. Kann sein, dass er gerade den Stream schaut. Es tut mir leid, Herr Nachbar. Wirklich, es tut mir wirklich leid. Das kommt nicht mehr vor. Es tut uns leid. Der Chat ist dran schuld. Herr Nachbar, falls Sie das sehen, mir tut das wirklich leid.